Also, warum habe ich es gemacht? Ich hätte eine Million Antworten parat. Alle falschen. Die Wahrheit ist, dass ich ein schlechter Mensch bin. Aber das wird sich ändern. Ich werde mich ändern. Es war das letzte Mal, dass ich sowas gemacht habe. Ich mache jetzt einen Tisch, einen neuen Anfang, werde anständig und sage Ja zum Leben. Ich freue mich schon drauf. Bald bin ich genau wie ihr. Job, Familie, pervers großer Fernseher, Waschmaschine, Auto, CD und elektrischer Dosenöffner, Gesundheit, niedriger Cholesterinspiegel, Krankenversicherung, Eigenheimfinanzierung, Freizeitkleidung, dreiteiliger Anzug, Heimwerkertum, Gameshow, Junkfraß, Kinder, Spaziergänge im Park, geregelte Arbeitszeit, Fitnesscenter, Autowaschen, ne Menge Pullover, traute Weihnacht mit der Familie, inflationssichere Rente, Steuerfreibeträge, Abfluss sauber machen, über die Runden kommen, mich auf den Tag freuen, an dem ich habe.